Was in humanoiden Sprache frei übersetzt so viel bedeutet wie herzlich willkommen zu unserem Produktvideo Produkt des Monats März 2012. Diesen Monat haben wir uns für das soeben erschienene Tupac unserer beiden Lieblingsdroiden aus dem Star Wars Universe C3PO und R2D2 entschieden. Die Kotobukiya in ihrer wunderbaren und sehr erfolgreichen 1 zu 10 Scale RDFX Plus Linie soeben auf den Markt gebracht hat. Für die Sammler unter euch da draußen die mit dieser 1 zu 10 RDFX Plus Linie vielleicht noch nicht vertraut sind, denen sei gesagt es handelt sich hier um fertig bemalte Steckbausätze aus PVC. Beginnen wir doch mit unserem kleinen Freund R2D2, dem Astromectoiden. Die beiliegende Anleitung ist selbstverständlich auf Japanisch, aber auch auf Englisch und gut bebildert, sodass ihr euch anschauen könnt, wie und was zusammengesteckt werden kann. Obwohl es sich bei den Figuren hier nicht um Actionfiguren im klassischen Sinn handelt, mit Bewegungspunkten und so weiter, gibt es doch das ein oder andere witzige Feature. Bei R2D2 habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, ihn in zwei verschiedenen Beinstellungen aufzustellen. Entweder ganz gerade stehend oder praktisch in Fahrt-Action. Hierfür müsst ihr die Position der eingerasteten Zapfen oben im Ellenbogengelenk ändern und ihm das dritte Bein einstecken. Das geht auch ganz einfach durch so einen Klickverschluss. Gut durchdacht ist auch der Magnetmechanismus. Das heißt, die Figuren haben unten in den Füßen die kleine Magnete eingebaut und halten auf den magnetischen Bases wunderbar. Dann gehen wir mal zur R2-Streuend, dem Protokoll Druiden C3PO. Das Schöne an diesen Figuren ist wirklich, dass man keine Borkenntnisse vom Modellbau her braucht. Einfach zusammenstecken. Auch C3PO wieder auf die magnetische Base stellen und schon heißt es... Das besondere Feature bei C3PO ist noch die zweite rechte Hand, die ihr auch ganz einfach auswechseln könnt. Sie ist einfach nur gesteckt und ihr könnt ihm dann auch das mitgelieferte Com-Link in die Hand drücken. Bis zum nächsten Mal. Et voilà, hier stehen die beiden Kumpels. Von den Größenangaben übrigens sei noch gesagt, C3PO ist 17 cm groß und R2D2 ca. 11 cm. Guter Job Kodobuk hier, muss man echt sagen, wenn man sich die detaillierte Verarbeitung und vor allem die tolle Bemalung dieser beiden Figuren ansieht. Wir finden es wirklich super cool, dass diese Linie nach Darth Vader, den Stormtroopern, den Clone Troopern und so weiter nun mit dieser Linie ist. Und auch im Regal oder auf dem Schreibtisch eines jeden Star Wars Gelegenheitssammlers machen sich die beiden Kerle hier wunderbar. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein und... Sir, if you'll not be meeting me, I'll close down for a while.